Ja, Fazit, Steinbach hat gewonnen, sollen ruhig feiern, ist gut, wir waren klar besser, aber wir kommen zurück, nächste Woche, Fazit, holen wir uns wieder die drei Punkte. Woran hat es heute gelegen? Chancenverweisung? Ja klar, wir haben heute die Dinger nicht reingemacht, wir müssten eigentlich klar gewinnen, aber war nicht leicht. Großes Kompliment an Steinbach, gut gekämpft, gut gearbeitet, ich war letztes Jahr auch in der Situation, haben sie super gemacht. Groß Lob für die, sag ich mal, für die, weil sie wirklich Scherz und Leidenschaft gewiesen haben, aber alles gut.